Die Zeit genießen, das Wetter genießen, das Essen genießen, die Landschaft genießen, genießen raus aus München. Das ist ein unangenehmer Drehtermin heute. Extremst unangenehm. Die Zeit genießen, das Wetter genießen, das Wetter genießen, das Wetter genießen, Neismuts. Wenn die Zeit genießen, das Wetter genießen, das Wetter genießen, das Wetter genießen und den, das Wetter genießen, vor allem hellöhne. Tom Musik Musik Musik